Comeback des Jahres, der Turnbeutel. Vor 30 Jahren schon der Hit, jetzt wieder voll im Trend. Wenn Sie lieber Naturmaterialien einsetzen, empfehle ich Ihnen Baumwolle. Die ist waschbar und gibt es in vielen Farben. Mein persönlicher Liebling ist allerdings das Ripstop-Material. Das ist sehr robust und reißfest. Dieses Modell hat noch eine Aufhängung und ein praktisches Außenfach. Für mich ist der Turnbeutel die perfekte Messetasche, denn der wird lange genutzt, ob auf Reisen, im Sport oder in der Freizeit.